In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie ihr das dreiteilige Schreiten ergänzen könnt. Den Link zu unserem Video zum dreiteiligen Schreiten findet ihr in der Beschreibung. Das Schreiten ergänzen wir mit Armbewegungen. Zum Heben des Fusses heben wir unsere Arme nach vorne, von unten bis zur Mitte. Dann tragen wir die Arme parallel zum Tragen des Fusses zu den Seiten und zum Stellen des Fusses senken wir die Arme an den Seiten nach unten. Hierbei lernen wir uns, in den Raumesdimensionen zu empfinden und zu bewegen. Wollen Sie dies ausführlich lernen, auch mit einer Variation, werden Sie Patron und kommen Sie zu uns auf Patreon. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020